Ah, da haben wir noch so'n Raketen-Teil. Und ein... Ach, das hab' ich glaub' ich schon, oder? Ja. Ja, ja, ja. Los! Schieß das! Und nochmal. Upsa. Da! Ach, es ist kaputt. Und nochmal kaputt. So viele Punkte! Okay. Oh, schön. Ron Schlafanzug freigeschaltet. Cool, cool, cool. Hab' ich das da? Ja, das hab' ich schon. Gut. Was ist da hinten? Oh, nein. Die Punkte. Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Ich will hier noch nicht weg. Wehe. Oh, oh. Gut. Drei von drei. Los. Los. Ah, toll. Okay, hab' ich jetzt nicht mehr. Und wer ist das? Padma Patil oder Parvati? Genau. Aber wo sind die restlichen von diesen... ...einen... ...teilen? Oh! Äh, okay. Irgendwo hab' ich noch so'n Ding vergessen. Ah, da. Ah, goldener Stein. Okay. Hätte ich jetzt fast nicht mehr geholt. Ja, aber jetzt brauch' ich noch die einen. Hatte ich da alle? Ach, das war bestimmt dieses Ronin Pyjama, oder? Oder hab' ich hier alle? Das darf er, glaub' ich, schon haben. Hm. Ich weiß es nicht. Naja, okay. Ich geh jetzt einfach davon aus, dass ich's hab'. Okay. Und was ich denn? Ähm... Hennig? Da. So. Hennig ist ja auch einer aus Twitter. Ha! Vielleicht hat er seinen... ...seinen Namen ja... ...von hier so... ...fällt mir gerade so auf. So, hoch, hoch, hoch. Schnell, schnell, schnell. Oh, kann ich das da jetzt? Ach, jetzt kann ich die ganzen... ...glänzenden Dinger... ...kaputt machen. Schön. Vielleicht ziehen wir ja gleich mal ein paar... ...unterwegs. Stimmt. Schön, schön, schön. Oh, da ist doch sowas. Hä? 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 Was macht die hier schon wieder für Kram? Hä? 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 den Drachen hat. Ne, ist das nicht... Ne, in dem Buch ist das gar nicht. Das wäre aber ganz anders. Da müssen wir rein. Ach, Schande, das ist jetzt schon ein Teil. Jetzt versuchen wir erstmal in den troffenen Kessel zu gehen. Und ich hoffe, ich muss nicht gleich nochmal das alles neu machen. Wir gehen jetzt kurz in die Winkelgasse. Oder wie Harry sagt, Winkelgasse. Und werden schnell versuchen, das extra zu holen. Da, 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 da. So. Ah, ich kann mir nie merken, wo die Extras sind. Ich glaube, da war es nicht. Ah, da oben. War das, glaube ich. Hier hoch muss ich. Glaube ich zumindest. Ja. Okay. Vom Fallen gerettet werden. Ich hoffe, das bringt es jetzt überhaupt. Sonst wäre das ein bisschen doof. So. Akio kann ich mir noch nicht leisten. So. Dann spielen wir mal weiter. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht das alles nochmal machen. Schlichte fortsetzen. Oh, schön. Kann ich sogar noch ein paar Geistersatze extra abgeluchsen. Extras. Geistersatze. Sammeln. An. Ähm. Vom Fallen gerettet werden. An. Hihihi. Das Ende dann gleich mal. Testen. Ob das das ist, was ich mir auch hoffe. So. Los. Ich soll mal schneller. Man muss doch hinter dir aufräumen. Los. Oh Gott. Die erste Prüfung. Oder? Oh weia. Das kann ja was werden. So was. Okay. Ähm. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Oh Mann. Okay. Ich muss mich da eben verstecken. Nein. 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 Mist. Hilfe. Los geht er kaputt. Oh mein Gott ey. Das ist ja ganz schön heftig. Punktstück. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt genau machen soll. Äh. Erstmal die Punkte einsammeln. Oder versuchen einzusammeln. Nur so einfach ist das gar nicht. Aua. 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 Puh. Was muss ich denn hier machen? Fuck. Okay. Ich habe schon das Gefühl, ich muss da rein. Los. Hier rein. So. Ja, Hermine, wie wäre es, wenn du dich auch in so einem Ding versteckst? Ähm. Nein. Oh oh. Nein. Oh oh. Nein. Der bringt doch. Das zum Hacker. Ja. Ich check's nicht. Okay. Ich muss irgendwas kaputt machen. So viel weiß ich. Ähm. Nein. Das ist da nicht. Aua. 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 Okay. Ähm. Ähm. Ja, und jetzt? Ah. Hier, okay. Okay. Ach, mein Hundi. Uuuuuh, der arme Hund. Boah, ey. Was für eine Aufgabe. Hm? Hm? Hm?